Der Hotspot der Elektromobilität in Österreich ist ganz klar die Wiener Elektro-Tage und die fanden dieses Jahr in einer besonders noblen Adresse statt, nämlich am Heldenplatz, also quasi im Garten des Bundespräsidenten. Und dort folgte ein Highlight auf das nächste. Doch sehen Sie selbst. Natürlich geht es um die Innovation und jetzt darum, dass neue Antriebstechnologien, neue Möglichkeiten des autonomen Fahrens auch wirklich in die Breite kommen. Und die Elektro-Tage sind so eine Möglichkeit, dass auch der breiten Öffentlichkeit einmal klarzumachen, wie stark die Innovation hier in Österreich auch ist, gemeinsam mit anderen Staaten der Welt. Man sieht es ja auch heute, es sind hunderte Menschen hier, man interessiert sich für jedes einzelne Fahrzeug und es ist auch großartig, dass die neuesten Fahrzeuge hier sind und man kommt so richtig auf den Geschmack, da umzusteigen. Ja, also es ist eigentlich ganz interessant, sich alle möglichen Autos anzusehen, einfach zu sehen, wo die Zukunft uns möglicherweise hinbringen könnte. Weil wir uns mal informieren wollten über das aktuelle Angebot E-Autos, ja, weil das sicher zukunftsträchtig ist. Ja, freilich, ich habe eine Photovoltaikanlage zu Hause und für Kultstreckenfahrten wäre das eigentlich geeignet. Also meine Zoo, ich habe jetzt mittlerweile seit acht Jahren, bin noch immer sehr zufrieden, aber es wird Zeit für ein Neues. Wir sind hier in unserer Bundeshauptstadt. Die Wiener Elektro-Tage sind eine Möglichkeit, Elektromobilität auch für unsere Marke der breiten Öffentlichkeit zu zeigen. Es sind beeindruckende Tage, wo viel gesehen wird, wo viel präsentiert wird auch und, wie Sie richtig gesagt haben, wo diese Wende auch dargestellt wird. Wir sind hier bei den Wiener Elektro-Tagen, weil Opel als Marke an Elektromobilität glaubt. Ab 2025 werden wir ja jedes Fahrzeug mit Elektromotor anbieten und deswegen ist es wichtig, heute hier dabei zu sein. Ja, ich glaube, es ist zum einen ganz, ganz wichtig, dass man solche Elektromobilitätstage hat, einfach um die Akzeptanz für E-Mobilität zu stärken und der Bevölkerung auch ein bisschen die Angst zu nehmen vor diesem alltagstauglichen Mobilitätsmittel. Mittlerweile haben wir über 24.000 Ladepunkte öffentlich. Es geht rasanter hin und für jeden, der noch zögert, jetzt ist der richtige Moment einzusteigen. Wir haben Elektrofahrzeuge unter 20.000 Euro beginnend und das ist eine Chance, dass wir auch der breiten Masse zeigen, dass es leistbare E-Mobilität gibt. Die Wiener Elektro-Tage sind einfach die perfekte Gelegenheit, um direkt in einem urbanen Umfeld, wo wir halt Elektromobilität am ehesten sehen, an die Kunden und Kundinnen heranzubringen und ein ideales Setting, um unsere Neuheiten vorzustellen und davon haben wir ja so einige. Bei unserem Stand ist das Highlight im Moment der Smart Hashtag 3, das ist unser zweites Modell, der ist auch nochmal ein bisschen größer, ein bisschen schnittiger, hat Platz für fünf Personen und hat auch eine Reichweite von bis zu 455 Kilometern. Ganz wichtig ist natürlich das Design bei Volkswagen, neue Designsprache, wirklich auf die Kunden gehört, was wollen die Kunden als echten Volkswagen auch sofort zu sehen. Er hat Golfzüge drinnen, er hat klassische VW-DNA. Das Highlight, ganz klar, steht hinter mir in blau. Der G85 mit EQ-Technologie, ein sehr interessantes Fahrzeug mit sehr viel Raffinesse und Technik an Bord. Ja, wir dürfen heute schon einen Camouflage-L-Rock präsentieren, also noch einen verkleideten, weil die Weltpremiere ist am 1. Oktober und da sind wir wirklich stolz, dass wir vorher das Auto schon eben leicht getan zeigen dürfen. Also bei uns, unsere Kunden, die einmal sich für ein Elektroauto entschieden haben, die bleiben dabei. Man verliebt sich einfach in die Ruhe, in den starken Antrieb, das das Auto bietet und einfach das Komplettpaket passt. Also einmal gefahren, man bleibt dabei. Fiat ist ja erstmal mittlerweile auch eine sehr farbenfrohe Marke, wie man hier auch an den Modellen sieht. Fiat ist auch immer noch die Dolce Vita, das muss man auch sagen. Vom Design her haben sie immer was Ansprechendes. Das ist eines der emotionalsten Autos, die es überhaupt gibt und es wird deswegen nicht so gekauft, weil es die Leute nicht ausprobieren können, nicht fahren können und deswegen haben wir da vorne eine ganze Menge an Elektroautos stellen und laden alle ein, kommt her, fahrt sie, macht sie eine Probefahrt und das überzeugt am meisten. Die Probefahrten lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ausgesucht dafür habe ich mir den Fiat Topolino, ein wahnsinnig kleines, süßes Auto. Schon cool. Und Topolino heißt ja übersetzt Mäuschen. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt mit der Maus nach Haus. Der Insider wird Ihnen präsentiert von Willhaben. Zum neuen oder zum gebrauchten, idealerweise macht man das mit einer App. Und zwar mit der Willhaben App. Und damit habe ich diesen BMW iX gefunden. Der iX ist neben dem i7 das elektrische Flaggschiff von BMW. Er sieht zwar ungewöhnlich aus, doch die Crossover-Form bringt viele Vorteile mit sich. Wie zum Beispiel das riesige Platzangebot. Doch wofür der iX bekannt ist, ist seine Innenausstattung. Denn hier trifft Luxus auf Hightech. Und das kombiniert mit nachhaltigen Materialien. Das Fahrzeug, das ich gefunden habe, ist ein iX X-Drive 40 mit 326 PS und rund 22.000 Kilometer am Tacho. Wer daran Interesse hat, dieser BMW iX steht beim Autohaus Hösch in 4061 Pasching. Gesucht und gefunden. Natürlich mit der Willhaben App. Für heute sind wir durch mit Go, aber fix ist. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, einfach mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Hier ist auch schon die Webadresse dorthin. Von meiner Seite war es das jetzt. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Wir fahren die neue Mercedes G-Klasse und bringen alle Infos zum Cupra Terra Mar. Also unbedingt wieder einschalten. Go. Powered bei Turmöl. Ich fünf Mal. Spannender. I got... Spannender. Max Spannender. boalu strax-